Hast du schon gehört? Kapital Bra steht hinter Mois und betitelt ihn als seinen Freund. Ich stehe auf jeden Fall, Mois ist mein Freund. Ich wünsche sowas nicht und finde es ein bisschen fein, was die beiden gemacht haben, sage ich euch ehrlich. Seit Wochen gibt es fast kein anderes Thema mehr. Mois aka Zeus, seine Ex Anis und den Rapper San Diego. Jeder ist frei. Freiii! Stopp! Doch auf welcher Seite stehst du? Diese Frau hat diese Kinder trotzdem erzogen und diese Kinder haben genug zu essen bekommen und die sehen gesund aus. Oder vertrittst du doch eher die Meinung von Anis? Stellt euch vor, aus dem Nichts wird im Internet jeder mögliche Mist über euch erzählt und verbreitet. Absolut alles, was man von euch liegen kann. Rapper Kapital Bra hat ganz klar Stellung bezogen und steht zu 100% hinter Mois. Das, was mir passiert ist, ist sehr, sehr ekran und ich sage euch ehrlich, bei Frauen, Familie, Kinder und so. Hat Spaß auch. Für mehr Rap News, macht das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.